Unsere Chocolatier haben eine sehr spezielle Idee, die Linde-Teddy. Ich habe den Wettbewerb gesehen, Herzensmomente von Linde, und ich musste keine Sekunde zögen, ich wusste, dass ich da mitmachen muss, um nochmal eine schöne Erinnerung Corinna an mir zu schenken, da ich jetzt ein Jahr nach Amerika gehe. Und jetzt bin ich heute hier mit dem Teddy und ich freue mich ganz fest, Sie können es überraschen. Wie du weisst, kennen wir uns ja schon seit 20 Jahren. Wir waren zusammen im gleichen Spitalzimmer, sind zusammen getauft worden, sind zusammen in die Schule, wir kennen uns schon so lange, dass es manchmal vielleicht auch schwierig ist, das noch zu schätzen, weil man sich schon so aneinander gewöhnt hat. Aber ich möchte dir einfach mit diesem kleinen Geschenk sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du die Schwester für mich bist, die ich vielleicht auch nie gehabt habe. Und wenn ich zurückkomme, wird diese Freundschaft noch stärker sein als sie jetzt schon ist. Ich glaube auch. Danke. Ich glaube auch. 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 Ich glaube auch.